Die Front de Gauche ist eine französische Wahlplattform für die Europawahlen 2009. Sie trat zu den Regionalwahlen 2010 sowie zu den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2012 erneut an. Die beiden Gründerparteien sind Jean-Élouzze Mélenchons Partie de Gauche und die Partie Kommunist France. Gründung und Teilorganisationen Schon bei der Gründungsversammlung der Partie de Gauche am 29. November 2008 war die Einheitsparole der Kern der Botschaft an die anderen linken Parteien Frankreichs. Parteigründer Jean-Élouzze Mélenchon und Marc Dolitz hatten als sozialistische Querdenker gegen den EU-Verfassungsvertrag 2005 erfolgreich mit Hilfe der Kommunisten, Trotzkisten und Globalisierungskritiker gekämpft und wollten diese Front für die kommenden Europawahlen wieder auftauchen lassen. Die Antwort der PCF erwies sich als positiv, während andere Gruppierungen sich skeptischer zeigten. Nach langen Verhandlungen erteilte die ebenfalls neu gegründete linksradikale Renouveau-Party-Antikapitaliste von Olivier besaß Not dem Vorschlag. Eine Absage. Kurz danach fand der Wahlkampfverauftakt der Front de Gauche statt. Die Gründerparteien Ha! Die Organisationen, die an der Kundgebung des 8. März teilnahmen, sind die Partie Kommunist-Français, die Partie de Gauche sowie die Gauche-Unitaire, die von Pro-Links-Frontesidenten der Nouveau-Party-Antikapitaliste gegründet worden war. Erweiterungsversuche und Unterstützer Das Movement Repubblicaine Citoyen gab seine Ablehnung am 22. März bekannt, wegen grundsätzlicher Unterschiede. Am selben Tag fand bei Le Alternatives eine Urabstimmung statt, in welcher die Teilnahme an der Front de Gauche nur 30% der Stimmen erhielt. Als MRC-Parteichef Chevenement seinen Entschluss ankündigte, nicht abstimmen zu gehen oder keine gültige Liste zu wählen, erklärte allerdings der jakobinische Verein Republike Socialisme, der die Träger von Lokalmandaten umfasst, die sich zur linksrepublikanischen bzw. jakobinischen Ideologie der MRC bekennen oder Parteimitglieder sind, dass er Chevenemas Willen nicht respektieren würde und rief seine Mitglieder dazu auf, sich für den Erfolg der Front de Gauche einzusetzen. Seit Ende März haben zahlreiche MRC-Lokalverbände der Front de Gauche ihre Unterstützung gewährt. Mehrere Intellektuelle haben sich auch für die Front de Gauche stark gemacht, etwa der Religionsphilosoph Henry Pene Ruiz, die Attach-Mitbegründer Bernhard Kassen und Ignacio Remont, sowie 36 Dozenten und Professoren für Volkswirtschaftslehre. Der ehemalige kommunistische, heute alternativ fortschrittliche, Nationalversammlungsabgeordnete Jean-Pierre Brat und seine Freunde der Stadt Montreux haben auch für die Front Stellung genommen. Die Partikommunist-Reunionis, die nur auf der Insel La Reunion antritt, ist auch Mitglied der Front de Gauche im Kreis der Überseegebiete. Europawahl. Punkt. 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 Die Front de Gauche stellte Kandidaten in allen Regionen vor. Bemerkenswert sind die Antritte von Jean L. Lucie Melenchon im Kreis Südwest-Volkswirtschaftslehrer Jacques Gennere im Westen und vom Chefredakteur der Kommunistischen Zeitung UN-Eid Patrick Leherik im Pariser Kreis. Die unabhängige Menschenrechtsaktivistin Marie-Christine Vergier tat im Südosten und der einzige Spitzenkandidat, der schon seit 2004 im DEP war, war der kommunistische Politiker Jackie Hene im Nordwesten. Anfangs erhielt die Front ca. 4,5% Umfragewert, drei Punkte hinter der NPA. Aber nach einem sehr aktiven Wahlkampf, der die Aufmerksamkeit der Presse richtete, kam es zum Durchbruch. Am 7. Juni erhielt die Front 6,05% der Stimmen. Melenchon kam auf 8,15% in seinem Kreis. Dazu kommen 2009 jeweils ein Mandat im Südwesten und im Südosten. Die MDP der Fronti-Gosch sind demnach Jackie Hene, Heli Horau, Patrick Leherik, Jean L. Lucie Melenchon, Marie-Christine Vergierat. Sie werden in der Fraktion der Europäischen Linken sitzen.